Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. Ich habe gerade die Lockwood MK2 gespielt auf Shipment, weil ich die ein bisschen leveln wollte. Und ich habe gemerkt, sie ist eine sehr geile Waffe und macht vor allen Dingen auch sehr viel Spaß. Ich habe da jetzt leider noch keine Aufsätze drauf, aber ich spiele die jetzt erstmal so. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen, weil sehr viele gucken die Videos ohne zu abonnieren. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen und vergesst nicht zu liken. Und ich würde sagen, wir springen direkt in Shipment rein. Nehmen wir mit. Ah, nee. Doch. Nee. Doch. Ja, nehme ich auch mit. Ah, komm, zeig dich. Sehr schön. Ah, hätte ich noch Gold. Ja, nice gewesen. Aber ihr seht schon, wenn man jetzt nicht irgendwie auf die Füße aimt oder manchmal läuft man ja einem entgegen und der springt dann so hoch, muss man natürlich wissen, hört es sehen, dass es One-Shot ist, hier liegen wir auf dem Boden. Aber wenn man jetzt so normal, ich sag mal snipet, ist keine Sniper, aber wenn man jetzt so normal snipet, dann passt das schon. Sehr schön. Sehr schön. Ey, ich hab abgedrückt. Ihr habt es gehört, oder? Das ist auf K. Okay. Okay. Bickel, nehme ich mit. Ah, war jetzt ein Hitmarker, aber wir haben ihn noch geholt. Ich glaube, auf der Waffe wäre so ein Zielvisier noch ganz geil. Weil hiermit komme ich schon zurecht. Aber das ist irgendwie nicht so das Wahre. Weil das ist halt einfach so ein rundes Ding mit so einem Strich in der Mitte. Ich glaube, da würde ich so ein normales Visier eher mehr fühlen, so wie auf der SPR, so ein geiles Visier oder so. Probieren wir auf jeden Fall gleich mal aus. Ich habe jetzt mal hier so ein Visier raufgemacht. Ich weiß nicht, ob das das wahre ist und ob das so geil ist. Aber ich probiere es einfach mal aus. Und es gibt auch einen Laser für die Waffe. Dieser Laser von der Seite. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wo man dann so die Waffe seitlich hält. Probiere ich auf jeden Fall auch gleich mal aus. Aber dafür muss ich die Waffe erstmal ein bisschen leveln. Also es fühlt sich schon mal gar nicht so schlecht an. Geht eigentlich. Auf Shipment ist auch irgendwie immer ein bisschen, ja, nicht so nice. Aber ihr habt gerade gesehen, ist eigentlich ein ganz geiles Visier. Nehme ich mit. Komm. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Okay, gut. Double kill und instant karma wegen dem Spruch. So, es ist eigentlich. Es ist auf jeden Fall schon mal besser. Für mich. Also ich kann damit besser spielen. Als mit diesem Standardding, was da vor drauf war. Das steht schon mal fest. Aber ob es jetzt. Ich spawn hier alle. Aber ob es jetzt auch was für euch ist, das weiß ich nicht. Was waren das gerade? Die sind da alle gespawnt. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Aber okay. Auch auf. Lange Distanz habt ihr gerade gesehen. Ohne Aufsätze. Macht die trotzdem One-Shot. Ich war auf seinem Kopf, aber trotzdem hätte ich jetzt nicht gedacht von der. Hey, das wäre so schön gewesen. Ich habe da zwei Leute geholt. Wäre dann noch einer gekommen. Aber die Gegner dachten sich. Ne, will ich nicht. So, ich habe jetzt mal die Waffe ein bisschen gelevelt. Und ihr seht schon, Visier ist gesperrt. Ich habe den Laser jetzt. Ihr könnt es da lesen. Gesperrt Visiere. Es ist der Laser. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ein Shipment rein. Und gucken, wie gut der Laser ist. Oh, ja. Auf Range. Ah, gut. War jetzt ein Hitmarker. Aber gerade auf Range. War schon. Ich hätte nicht gedacht, dass der Laser auch auf Range gut ist. Was ist das denn für ein kranker Laser? Vier Kills hintereinander. Also, scheiß mal auf die vier Kills hintereinander. Ihr habt hoffentlich gerade gesehen, was für eine krasse Waffe und was für ein krasser Laser eher gesagt das ist. Oh. Das ist ja so ein geiler Laser. Oh, wer will, wer will, wer hat noch nicht. Ein paar Tage ist Weihnachten. Ich verteile schon früher Geschenke. Ach, ich kriege Insane, Kammer. Aber hier, ich verteile schon früher Geschenke. No Scope. Ich habe gehört, du hast dir einen Snipe gewünscht. Und er sich auch. Ja, okay. Präzision ist auf jeden Fall auch am Start mit dem Laser. Man muss dazu sagen, ich habe da jetzt noch gar keinen einzigen Aufsatz drauf, außer der Laser. Also, ich habe nichts, was C-Visier-Geschwindigkeit schneller macht. Bisschen verwöhlt von jeder Seite. Ich habe nichts, was C-Visier-Geschwindigkeit schneller macht. Nichts, was die effektive Reichweite besser macht. Rückstoßkontrolle. Gar nichts. Einfach nur die Waffe mit dem Visier. Labere ich mit dem Laser. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist gewöhnungsbedürftig. Also, man muss damit spielen können. Probiert es einfach mal aus. Ich bin mir sicher, nicht jeder kann mit dem Laser umgehen. Dann spielt einfach lieber ein Visier. Aber gebt dem mal eine Chance. Man muss nur ein paar Runden damit spielen. Und dann gewöhnt man sich da dran eigentlich schon. Und merkt, wie krass es ist. Also, auch wenn ihr merkt, es ist nicht so euers, dann probiert den einfach mal ein paar Runden aus. Und wenn es gar nicht geht, dann nimmt halt wieder ein Visier. Hat einen Finisher gemacht. Pogba kommt um die Ecke gesprungen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld Pogba, Messi und Neymar bekommen haben. Dass die hier in Modern Warfare drin sind. Und es das Pack von denen gibt. Also, Fazit von der Waffe. Lockwood MK2 ist eine sehr geile Waffe. Ich weiß nicht, jeder liebt es so zu snipen oder so. Ich mag es einfach. Ich mache es schon seit Call of Duty Cold War, habe ich so damit angefangen. Und mir gefällt es einfach so. Es ist zwar eine DMR, aber ein Modern Warfare 2. Und die DMR ist gefühlt Sniper. Also, ist sehr nice. Es wird auf jeden Fall die Tage noch ein Video kommen. Dann zeige ich euch die besten Aufsätze dafür. Dann wird sie nochmal krasser sein. Aber ich denke mal auf jeden Fall mit dem Laser drinne in der Klasse. Weil die ist sehr krass. Also, levelt das Ding hoch. Es ist nice. Ich habe auch jetzt schon die... Wo ist sie denn? Die hier auf Gold gespielt. Und mir ist aufgefallen, ich brauche nur noch zwei SMGs. Dann bin ich auf Platin mit den SMGs. Also, auf jeden Fall sehr nice. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und mich würde es freuen, würdet ihr die Glocke aktivieren, um keinen weiteren Content mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, habt noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.